So, jetzt kommen wir zurück zu The Room Oh, da kommt mein Latein-Bewusstsein ans Leben Non est ad astra mollis Aetheris 6 Oh mein Gott, hab ich Ahnung Ich hab so viel Ahnung Irgendetwas fehlt, aber es ist schwer zu sagen, was? Ach, das ist schön Okay, okay Oh Okay Wenn jemand fragt, was es da oben heißt Also Non ist nicht Est es ist Ad ist glaube ich zu Also nichts ist zu Sternen, ich glaube astra ist Sterne Mollis, uh, der hört schon auf E ist und, Terris ist Land 6 ist 6 6 ist 6 6 ist 6, ja Genau Oh shit Äh, what? Ah Alter, was? What? Ja, ich mein, es ist offensichtlich Offenkundig Dass Hier was nicht stimmt Offenkundig Und was auch immer das ist Schon wieder so ein Schlüssel, ey Meine Güte Irgendwas cooles Irgendwas cooles Irgendwas cooles Irgendwas cooles Irgendwas cooles Nope Ein großes Zahnrad angetrieben Von kleineren Zahnrad darunter Oh, oh, oh Warte Haha Ja, da fehlen Zahnräder, ne? Das ist offensichtlich Das ist offensichtlich Nur, wo sind die Zahnräder? Wo befinden sie sich? Das ist die Frage Vielleicht Kann ich hier die abnehmen Nein Hm Hätte ja sein können Ah Okay, ich verstehe Mhm Okay Okay Okay, da wird es wahrscheinlich Ein so ein großes Uhrwerk Wahrscheinlich wird das Ein so ein großes Uhrwerk sein Was ist das denn? Oh my god Ich verstehe es nicht Okay Also irgendwas Irgendwas Hat es mit diesem Teil zu tun Weil hier oben ist auch eins Hier oben ist auch eins Aber ich habe keine Ahnung Was Es damit auf sich hat In was für eine Richtung Ich das drehen muss Das ist Oh wow Hi Also das ist Weiß ich nicht Da muss ich jetzt passen Eventuell Nicht Hier ist auch eins Oh Wartet Oh my god Vielen Dank An die Entwickler hierzu Dass sie diese schöne Ansicht gemacht haben Natürlich Ja natürlich Absolut klar Was ist das Was ist das Das Sechseck Das muss Okay Okay Ne das passt Sechseck Okay Großes Zahnrad Großes Zahnrad Großes Zahnrad Großes Zahnrad Hä Okay 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 Oder auch nicht Ah Oder schon Yeah, uh, ein kleiner Schraubendreher, uh, Schraubendreher ist gut, mit Schraubendreher kann man was anfangen, okay, wir haben mal kurz den Handwerker, oh mein Gott, wie geil ist das denn, das sieht mega cool aus. Oh, ein seltsamer Klappschlüssel, oh, Klappschlüssel, oh, Klappschlüssel ist gut, äh, wo war komisches Schloss, komisches Schloss, komisches Schloss, die erste, äh, 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 ja, danke, ach, hey, ja, klar, okay, also, was wir brauchen, ist das, das, oben, das oben, das so, so, und so, oder, wenn ich jetzt nicht behindert bin, ja, die wollte vor, verdammt, Moment mal, ne, passt doch, ah, 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 ich verstehe, okay. Okay, ich hab's einfach spiegelverkehrt gemacht, meine Güte, dann halt nicht. Ein mittelgroßes Zahnrad, ja, hervorragend, das wird ja immer besser, Leute, das wird immer besser. Scheint, als könnte ich das, falls nötig, wieder abnehmen, ah, ist ja abgefahren. Ein mittelgroßes Zahnrad, das ist die Frage, ob ich es überhaupt abnehmen will, das ist die Frage, das ist die Frage. Okay, ah, okay, ah, deswegen abnehmen, verstehe, äh, nicht. Okay, ich verstehe es nicht. Ei, 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 okay. Hehe, hehehe, 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 herrschiert. Okay, 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 das ist jetzt, ach, einen Moment. Ha, oh, shit. Uuuuh, miss, ein lange, schmale Stahlröhre. Guess what? Oh, ach, jetzt komm, alle, jetzt komm, ach, jetzt bitte. Ja, mega. Okay, ich hätte schwören können, die muss man da reinstecken. Das hätte ich jetzt echt geschwört. Das hätte ich geschwört, aber irgendwie, irgendwie auch nicht. Vielleicht hier? Ne. Ja, 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 ist ja gut. Okay. Ach, hier ist schon wieder ein Schlüssel, ey. Hier ist ja schon wieder ein Schlüssel. Hier ist ja schon wieder ein Schlüssel. Meine Güte, hier sind die Überschlüssel. Okay, schmale Stahlröhre. Oh, verstehe. Eine Art kleiner Schlüssel. Ein altes Foto. REF 6 Uhr 5. So, kleiner Schlüssel. Danke. Oh. Ach, herrje. Wow, cool. Es ist ja, es ist so abgefahren. Ah, ich verstehe, so halb. Oh, wow. Ich bin so beeindruckt. Oh, ich verstehe. Okay. Okay. So, okay. Wow. Wahnsinn. Abgefahrene Ultrakacke. Ein kleiner silberner Schild. Heißt nicht kleines silbernes Schildchen? Aber ich hab keine Ahnung. Achso, okay. Kleines silbernes Schildchen. Oh, dieses Symbol, es sagt mir irgendwas. Oh, es sagt mir irgendwas. Irgendwas muss ich damit machen. Irgendwas muss ich damit machen. Irgendwas. So, das ist die Frage. Müssen wir irgendwas drehen? Müssen wir eigentlich hier noch überhaupt irgendwas machen? Ne, okay. Okay, okay. Okay. Wow. Abgefahren. Das ist so Wahnsinn. So, jetzt haben wir ein Schild. Ein Schildchen. Ein Schildchen. Ein Schildchen. Nur, was wollen wir mit dem Schild machen? Was wollen wir mit diesem Schild machen? Huh. Okay, ich gehe davon aus, hier, dass es, dass es safe, dass da nichts ist. Auch safe. Haben wir hier noch irgendwas an diesem Teil zu machen? Ne, oder? Hier ist alles fertig. Da ist alles fertig. Da ist alles fertig. Ja. Auch hier vorne wüsste ich jetzt nicht, dass wir noch irgendwas machen sollten. Auch hier. Fertig. Schild. Okay. Schauen wir mal an, vielleicht ist irgendwas hier auf der Rückseite. Jetzt ist was auf der Rückseite drauf, aber man weiß nicht, was das ist. Hier gibt es doch nicht irgendwas mit, 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 noch mit Schrauben oder so, damit das noch irgendwas aufschrauben könnten, oder? Oder können wir das hier oben... Okay, scheint nicht so, als wenn wir das aufschrauben könnten. Nein. Okay. Okay, hätte sein können. Hätte sein können. Ach, nee, jetzt kommen, oder? Ich war gerade so im Flow drin. So im Flow. Und dann das. Oh. Wie wäre es, wenn wir ihm mal das Schild geben? Holy cow. Holy cow. Braucht jemand hier irgendwie so ein Teil, irgendwer? Anyone? Ah. Ja, 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 ja. Twist. Oh mein Gott. Wahrscheinlich ist jetzt irgendwas passiert und... Äh... Ah, versterb. Es muss 6 Uhr sein. 6 Uhr 5. Verdammt. Reverse. Reverse. Ich habe ein Reverse. No, forne. Okay, okay, okay. Ich meine, auf dem Zettel steht 6.05 Uhr. Also meines Erachtens nach ist das hier 6. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ach, das ist 6, das ist 7. Oh, na, toll. Ich habe gehört, der Ben, der kann extremst gut die Uhr. Ja, ich glaube, ich soll zurück in den Kleingarten gehen. Und jetzt kommt die andere Kiste, oder? Oh, ja. Ach, ja. Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein König schon bewiesen? Oh, shit. Okay. Also echt, ohne Witz. Leck. Leck, oh mio. Kann man echt mal machen. Echt, kann man echt mal machen. Wow. Alter, Wahnsinn. Ohne Witz. Okay. Wir machen hier ganzes Pause. Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, es hat sich gefallen. Wird mich freuen, wenn wir am nächsten Mal bei The Room mit mir dabei sein. Mein Name ist Sven, danke für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.